Es gibt hier einen Special Chili Report. Leute, für euch mache ich alles. Schaut euch das mal an. Wahnsinn. Ja, also Chili ist im Regen. Wer hat das schon? Also ich mache jetzt keinen ausführlichen Report, aber mehr kommt morgen, wenn es wieder ein bisschen trokener ist. Es hat gerade heute 35 Grad gehabt in der Sonne. Ihr seht, den Chili geht es gut. Wahnsinn. Welcher Kanal bietet solche Bilder? Also, ich meine, da muss man doch Fan werden, oder? Oder Aboment. Also, hier sind die Piris und die Chili Thai. Aber habt Verständnis, ich mache das nur für euch. Ja, das war's. Chili Report, Instant Report. Liebe Grüße aus Wien. Euer Oliver. Jetzt gehe ich aber rein. Bis zum nächsten Mal.